Und? Aktiviert das Ding. Was bitte? Der Marker lässt ihn nicht zur Ruhe kommen. Was sind wir da denn? Komm da rein hier. So, die Fahrer ist wohl gezählt. Das kann nicht sein. Das ist die Ishimura. Ja. Früher der ganze Stolz der CEC. Eigentlich eine traurige Geschichte. Ich hörte, die ganze Besatzung wäre gestorben. Bei einem Terroranschlag. Was? Ein terroristischer Anschlag? Was dort geschah, war kein Anschlag. Was heißt das? Bis dort hat alles angefangen, Ellie. Alles, was hier passiert, passierte auch auf dem Schiff. Ich habe es gesehen. Ich war an Bord, als es passierte. Oh! Hey! Was ist los? Ich, ich weiß nicht. Etwas muss die Schienen blockieren. Bleiben Sie hier. Ich sehe mich mal um. Nein, Mann, Alter. Mach es nicht. Mach es nicht, Mann. Etwas blockiert die Schienen. Und man hat doch schon nicht die Gogel gehört, was das sein kann. Jetzt ist nichts, was man mal kurz so runterfegt. Aber wir spielen ja auch nicht Dead Space, um mit dem Handfeger irgendwo was runterzufegen, sondern um es runterzuballern. So. Brennstofflager. Na klar. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Ich lasse das jetzt zurück, weil sonst noch jemand überlebt hat. Unsere Crew hat von uns. Unsere tote Crew. Es sind nur noch Ellie und ich übrig. Wir dürfen es nicht schaffen. Nein, steh auf, du hast nur noch ein paar... Scheiße. Ich höre dich hoch. Ich war nur, Ellie, lauf weg. Ich will es nicht retten. Nein, ich will es nicht retten. Also, diese Scheiß-Stalker, die sind schon echt heftig. Die finde ich so heftig. Die machen mir so eine Angst. Die sind so übel, Mann. Die sind so schnell. Scheiße. Scheiße. Wo sind sie? Hinter mir. So ein Penner. So ein Penner. Oh, die sind so creepy, ey. Okay. Okay. Ich muss die jaulen dazu sehen. Ekelhaft. Das ist natürlich cool. Und die meisten Faller halt mal zwei Kühen mit einer Klappe, ne? Oh, Gott. Ja, jetzt entdeckt man die Scheiße da hinten, Alter. Jetzt. Ich war's. Oh, sei. Ohohoho. Ich spare mich. ok jetzt haben wir schnell hier in die kiste ich glaube hier haben wir was gesehen ok und dann nichts wie weg oh nice besucherprojektive und natürlich ist er voll voll ist er so was hauen wir dann raus was bauen wir nicht detonationsminen die röperklingen hier weg oh und als nächstes staussee-modul in Fähen ja und schon braucht man wieder einen Shop oder irgendwas ist doch fürchterlich dieses inventory management ist einfach heftig meine totale Luxusprobleme weil ich habe nicht viel Platz weil ich zu viel Munition habe was für ein was für ein Hohn ich glaube ich will da 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 Entschuldigung, da vorne ist ja ein Job. Egal. Schau, das ist doch sehr fies von den Fieschern. Meine Fresse. Okay, Angel des Highlands. Biestens. So. Na. Das Brennstoffgroßlager, da freue ich mich. Hurra. Am besten keine... Oh scheiße. Ellie, eine riesige Tentakel blockiert die Transporteur. Sie hat sich um einen großen Tank gewickelt. Ein großer Tank? Stickstoff-Trichlorid. Die explodieren, wenn sie zu heiß werden. Perfekt. What? Okay. Reicht noch nicht? Okay. Okay. Funktioniert. Wir bewegen uns wieder. Wir warten weiter vorne auf Sie. Gut, ich sehe Sie. Wir treffen uns noch. Oha. Okay. So lauten Sie nicht mehr zum Ding. Oh no. Oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße, oh scheiße. Äh, nicht doch man, alter. Mach nicht so ein Shit. Wie, warte, das hat nicht funktioniert. So, gib mir das. Oh. Hier wird gleich alles in die Luft fliegen. Isaac, gehen Sie schnell nach oben. Oh shit. Wohin denn? Dahin? Okay. Run. Lauf, Junge. Oh scheiße. Oh scheiße. Los, los, los! Schnell, Heidi, schnell! Ich weiß nicht wie! Oh Gott! Das ist schon... Komm, Junge! Oh! Stimmen die Dinge anders, würde ich Ihre Sturheit sogar bewundern, Mr. Clark. Aber das hier ist bedeutender als jeden. Bedeutender ist das Leben aller auf dieser Station. So, die letzten Alkoholierungsvorbereitungen laufen. Offenbar endet es jetzt. Ab hier ist alles nur noch Ballast. Isaac, was meinte er damit? Was meinte er, als er von Ballast redete? Er nutzt den Solarstrahl. Wir müssen den Transport stoppen. Sofort! Oh, Scheiße! Ach, komm, Alter. Er hat die Station geteilt. Keine Möglichkeit mehr, um rüberzukommen. Legen Sie uns zurück zur Station. Na los! Warum? Tun Sie es, schnell! Die Ishimura. Wenn die Gravitationsstrahlen noch funktionieren, kann ich... Sie wollen den Regierungssektor zurückziehen? Isaac, das ist lächerlich. Wenn ich die Schienen ein paar Sekunden ausrichten kann, sollten Sie mit der Bahn rüberkommen. Seien Sie bereit und passen Sie aufs Joss auf. Isaac, nein. Das ist eine ziemlich dämliche Idee. Ach, Kumpel, also... Man muss sich mal... Man muss sich bitte vorstellen, mit einem gigantischen Raumschiff, ja... Richtest du eine Raumstation so aus, dass zwei Schienen so zusammenpassen, damit eine Monorail rüberfahren kann? Kann man machen? Kann man machen? Oder man nimmt sich einfach die fucking Ishimura und dann... Aus Ende. Verpissen!